Es sind die Frauen und Männer der Feuerwehr, die uns nachts ruhig schlafen lassen. Egal ob Feuer, Wasser, Feuerwasser oder sonst ein Umblick, unter der 112 finden Menschen in Not schnelle Hilfe. Und das sind Vosswinkel schon seit 112 Jahren. Grund genug für die Kameraden der Löschgruppe Vosswinkel, uns zu einem Tag der offenen Tür hier ins Spitzenhaus in Vosswinkel einzuladen. Am Samstag ab 14 Uhr geht es hier los. Ein buntes Programm wird für viel Unterhaltung sorgen und für viel Spaß sorgen. Das Highlight dürfte aber wohl die Modenschau sein, gezeigt von heißesten Models der Löschgruppe. Also, wer sich für die Feuerwehrarbeit interessiert und am nächsten Samstag noch nichts vorhat oder auch einfach mal Danke sagen möchte für 112 Jahre retten, löschen, bergen, schützen, sollte am Samstag unbedingt vorbeischauen. Und so wie wir die Feuerwehr kennen, ist auch für das Leibliche wohl bestens gesorgt. Ich glaube, das wird richtig gut. Macht's gut! Das war Maximilian Bigge für eure Dorfpost. Das war Maximilian Bigge für eure Dorfpost.